Oh, Minigame. Einnahmiger Badirt. Das ist mit dem Geist und der Lampe. Ja, mit dem Geist und der Lampe. Ja. Boah. Wie ich immer eine rote Handfläche da durch hatte. Ja. Das war wie es. Das war das Geilste. Das darf doch nicht. Sonst tut er halt. Nee. Oder kurz vorm Ende. Oder so, ja. Na? Nee, kriegt ihn noch. Wobbel, 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 wobbel. Ja, ja. Das ist so langweilig wie eine Szene oder so. Ja. Du übertreibst. Warum? Ja, logisch. Oh, ja. Und rotes Feld. Wetter in unten, wenn sie von Donkey Kong, ne? Ja, da krieg ich Donkey Kong jetzt einen Stern. Ja. Ah. Jetzt brauche ich mal so ein Ding rein. Hä? Jetzt brauche ich mal so ein Ding, ne? Ja. Aus und zwar wieder, ne? Was ist, das wäre jetzt mies, wenn du auf Donkey Kong kommst und dann noch mal eins auf meinen? Nee, wär's nicht. Nee, wär's nicht. Kannst du jetzt bitte nett sein oder so? Springer wollen wir. Springer wollen wir. Okay. Ich bin mal zu Donkey Kong. Ich bin mal zu Donkey Kong. Ich glaub, ich hab doch paar Münzen 26 oder so ein Quatsch. Guck mal, wie nett ich zu Donkey Kong gerade bin. Mir ist dieses komische Teil eigentlich relativ egal. Ich spring da einfach nur hoch. Ja, also können auch Leute zerstört werden vom Platz 1 gekickt werden. Ja. Lass mich raten, bestimmt wieder Dwayne Stain wahnsinnig. Oh nein, ein Wüstenspannter. Ach, scheiße, jetzt kennst du das ja der Dreck. Ja. Na, da bin ich ja mal gespannt. Jetzt bin ich auf der anderen Seite. Ich hab' schon fast gedacht. Nein! Nein! Oh Gott, oh Gott! Warum bist du stillgeblieben? Äh, keine Ahnung. Boah, dieses Geflacker geht mir so auf den Sack, ne? Ist aber geil für die Augen. Ja. Da krieg' ich Kopfschmerzen. Minus 10 vor allem. Wer ist doch gerecht? Nicht. Doch. Deine Mutter. Besonders hast du, Peach, auch das ganze Münzen abgezogen hast. Das ist doch schon gerechtfertig. Ja. Ich hab' da oben auch noch. Oh mein Gott. Ich brauch' eine 4, eine 3 oder eine 4. Schade. Oh, es ist gar nicht. Ich weiß, wir wollen einen Runde aussetzen. Aber doch nicht. Na? Ja, klar, wir sitzen da neuen. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Nee, ist klar. Ja! Okay. 3, 4, 5, 4, 5, 5, 5, 4, 5, 6, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 7. Hinte, hainte, hainte, hainte! Hinte, hainte! Wir beide wieder zusammen. hoffentlich dass du tauchen muss mich dann ganz schnell hochziehen war das nicht mit luft nach ganz unten wenn du hast richtig sofort nein nein hast du weißt du warum du kannst auch die seite lenken hat sich hole ich eben ein wenn du kannst nämlich auch zur seite lenken kommt bitte 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 du kannst ihn zur seite drücken kannst du mir nicht wegschieben und der ist ganz schnell hoch was an dem ich mache ich kann nichts dagegen machen alter du mein gott versuch rüber zu gehen versuch rüber zu gehen ich kann doch mal nach oben ich kann dort alter denn der bloggt mich die ganze zeit hier ich gehe erst mal zur seite was die scheiße das ist da stehe ich die ganze zeit zur seite gerade kannst du nichts gegen machen 13 ist klar weil die die große zehn hatten ich glaube wir hätten kleine nehmen sollen ja aber hätte auch nichts gegen uns weil er ist ja gesehen wie die und so weiter getippt haben ja ich glaube unbedingt nur die große haben wie ist der europa haben wir schon mal der ersten wieder da sind schon 50 ist das schwer aus warum na sagt nur letzte party vielleicht sage ich glaube acht stück oder so Achja, komm nochmal Blabra, Kadabra, Tott, sieh'n im Gelb. Ahja, boah, was willst du das denn? Ich hab' heute die Zukunftsfolge. Ja, schon mal. Und sie kann nicht kaufen. Also behindert eben echt. Wieso Seite schieben, ne? Hier, 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 hier. Schade, die fünf. Mist. Schade, ist kein Setzchen mehr. Gleich noch eingesetzt. Ja. Nein. Bye. Ah, sei froh. Nein, bin ich nicht. Ich hab Donkey Kong ja vorher einen weggezogen. Bin trotzdem nicht froh. Doch. Nein. Lustig wäre es jetzt, wenn ich bei dir drauf gekommen wäre. Ja. Dann hätte keiner rein verloren. Nein, nicht wirklich, ne? Nein, warum? Donkey Kong hätte. Nein, ich sag gerne. Nein, deswegen. Fahnen wir fahren. Jejeje. Okay, reicht. So, gucken wir mal, welche Taste welche war. Adolf. Adolf. Ich wollte gerade schon weiß drücken. Oh. Nein. Nein. Ich bin schon schön. Echt, oder? Ja. Tschüss. Das ist auch voll mies von ihm. Ja. Und die Krocke wird wieder. Oh. Boah. Ich hab diesmal gemacht, meinen nechsten Daumen auf B und meinen rechten auf A. Das ist echt egal. Aber diesmal kam ich mir besser klar. Ja. Und das ist echt wahr. Ja. Ich habe das. Ich bin schon mal zufrieden. Ich bin schon mal zufrieden. Ich bin schon mal zufrieden. 3 nike steht zu baufer kann sich der bauze gehen oder nicht wenig das wäre was gewesen das wäre jetzt schon wohnbar kann doch keiner achso ja trotzdem ein bisschen spaß passt doch die aussage ne oh shit immer schade 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 du kannst den anderen platz aussuchen und nicht neben meiner siedlung das ist mein ghetto dein ghetto im arsch ja mein vario ghetto ist das war so ghetto aber ich bin ja froh dass wir den zinsgerollt haben letzten spiele langsam kostet mich dann an ja aber so viele spiele gab es noch nicht mehr ja aber davon haben wir keinen einzigen eigentlich komm du rechts diesmal oder ich glaube ich flacke aus warum bleibt das steht ich dachte der kommt nämlich wieder runter wir waren doch schon alle dahinter ja mir egal jetzt oh wir sind ebenso ein brainfuck moment moment noch ich dann wir wir auch wir